Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use-Tool für die Tutorials! Und für die Autoteile ist die Mr. Auto-App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendete Bolg-Autobatterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Autobatterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Löse mit einem 25er Torx-Schraubendreher die Halteschraube des Rahmens der Windschutzscheibe. Löse mit Hilfe einer Ratsche, einer Verlängerung und einem 10 mm Steckschlüsseleinsatz die Plastikmutter des Rahmens. Löse dann mit denselben Werkzeugen die letzte Halteschraube des Rahmens. Entferne die Dichtung der Windschutzscheibe. Du kannst nun die Windschutzscheibe entfernen. Um die Batterie zu entfernen, musst du die Halteplatte lösen. Schraube dann mit Hilfe einer Ratsche, einer Verlängerung und eines 10er Steckschlüssels den Stab der Batteriehalteplatte ab. Du kannst nun die Halteplatte entfernen. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Nimm dir eine Ratsche und einen 10 mm Einsatz und entferne damit zuerst die negative Klemme. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Mache dasselbe mit der positiven Klemme. Entferne den Entgasungsschlauch, falls deine Batterie einen hat. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weisse Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, können wir nun sehen Vertrauen zu den Dingenpartnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten Bolgteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm die neue Batterie. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch, damit sie weniger oxidieren. Setz die neue Batterie ein und drück sie fest in ihre Halterung. Verbinde den Entgasungsschlauch wieder. Verbinde zuerst wieder den Pluspol. Schraube ihn mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz an. Und mache dann dasselbe mit der negativen Klemme. Setze die Halteplatte der Batterie wieder ein und schraube sie mit dem Steckschlüssel an. Setze den Rahmen der Windschutzscheibe wieder ein. Setze die Dichtung wieder ein. Ziehe die Halteschraube wieder an. Schraube die Plastikmutter wieder fest. Schraube die letzte Halteschraube wieder fest. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.